Aniwesk, Bericht erstattet über das Blut, über eure Vision. Hier glaubt ihr wäret gerettet worden. Achso, hallo, hoch, sorry. Hallo meine Lieben. Herzlich willkommen bei Diablo 4. Das ist euer Opa Mario, der alte Sack. Und der Priester weiß, wer wir sind, Theresa. Aniwesk, los! Dort werdet ihr die Wahrheit sehen. Los. Meinst du? Fui, könnte ich euch in die Hölle verwandeln, tätig ist, aber ihr würdet mich für den bloßen Versuch umbringen. Ja. Das soll niemand sagen, Josefs Martyrium sei umsonst gewesen. Solange die Dämonin in eurem Herzen haust, seid ihr ein Schandfleck in Chiova-Shad. Das tue ich also nicht für euch, sondern für meine Gemeinde. Das tue ich auch. Oh, wasser denn? Oh, please stop. Okay. Alina ist der Schmied. Huch. Kannst mal sagen, wo der stellt mich hierher und dann... Wo soll der denn sein? Ist hier drin? Oh, mein Tue. Ne, ich nehme auch schon wieder draußen. Weißbeere. Verdammte Kälte. Ja, ne? Hey. Da bist du doch... Das heißt, mir kommt schon weiter. Das soll niemand sagen, Josefs Martyrium sei umsonst gewesen. Solange die Dämonin in eurem Herzen haust, seid ihr ein Schandfleck in Chiova-Shad. Ja, ja. Das tue ich also nicht für euch, sondern für meine Gemeinde. Hm. Ja, was tust du denn? Wer nicht sucht, der nicht findet. Ey. Sucht nach einem Ritualdolch. Oder dem Blut der Dämonin. Oder. Etwas der Ungläubigen, etwas, das man anfassen kann. Etwas, das man anfassen kann. Nichts. Es ist ein abstoßendes Scheißloch. Ah, Scheißloch. Für euch ist es eine Art Geburtsort. Ja, da haben wir ja angefangen. Ja. Ich weiß. Ich weiß ja. Ich werde es schon sehen. Ja, was werde ich denn sehen? Was machst du denn? Dann hier, dann wirst du noch einer. Wer seid ihr? Ich bin Wurschalko. Ich bin Chiova-Shad. Ich habe hier 50 Jahre lang gelebt. Einst war ich sogar des Engels Lieblingspriester. Aber heute, die allglatten Neulinge kennen nicht einmal meinen Namen. Meinst du mich kennt aber bei YouTube oder was? Auch nicht. Was willst du machen, ist nun mal so. Ne? Oh. Und? Was habt ihr gefunden? Keine Ahnung. Blutblüte. So. Schöne. Schöne. So. Seht ihr wie die Blüte pulsiert, wenn sie eure Haut berührt? So. Ihr seid befleckt. Genau wie ich gesagt habe. Die Dämonin bohrt sich in eurer Seele. Woah. ein grauenhaftes schicksal doch vielleicht wird euch vor schalko helfen ein exorzismus das ist es was wir brauchen geht zum gnadengrad und durchsucht die krypter dort werdet ihr ein heiliges relikt finden die glückshaube des kindes um das blut zu läutern blut zu läutern muss man nicht meine tabletten noch machen wie meine erst mal für blutverdöhnung wieder vergessen oder hin da ist das natürlich natürlich wenn wir doch reisen können dann reisen wir doch meine stadt ist dänisch glanzer ich will aber den wickel gerne mal ein bisschen anders stellen vor kamera aber ich weiß ich bin noch nicht soweit ich habe nicht genug so dass das rehen ruhe spinners armlose ich bin ja immer kein ende jetzt hätte ich doch mal schön gerne dahin kann ich war nicht vorausschauend loslaufen kommt doch meine freunde meine wikinger freunde dankeschön ihr seid die besten muss ich mir in kleine schritte angewöhnen kann ich ja nicht was größeres und so was sollt ihr denn ich muss warten ich brauche mehr ich will die kaputt machen so drum drehen würde ich mich aber so einfach umdrehen kann ja so einfach umdrehen kann ich ja auch nicht und so einfach umdrehen kann ich ja auch schon auf die bildung muss drüber dann brauchst du muss drüber laufen halt das hier wieder falsch wir müssen da lang siehste wir müssen ja hier lang was kommt eine mütze eine mütze such mal sieht schon böse aus mit dem helm ich sehe gar nicht was von rechts oder links das könnte man anders sehen und ich führe es noch zum normalen schlagen diese leder leder nix okay immer schön alles angucken die ist ja nahe kämpfer die ist ja 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 also mit wst kann ich nicht weil auch dafür habe ich eine weile nicht ich muss ja ich habe ja 30 spiele über 30 spiele die ich die ich beihalten muss und dann vernachlässige ich zwischendurch schon mal welche und dann vergisst man natürlich die feinheiten bei der steuerung und so weiter und so weiter ich muss warten ich muss warten ich muss warten ich kann es nicht mal gut das hat sich ja wie die fest alles ich lasse ja ungern wer mich wer mich kennt kennt mich ja würde ich ja sagen aber der weiß ist ja dass ich und gerne weg liegen lasse ich guck mal hier wir haben noch eine ecke und dann schleichen wir mal hier ich bin noch nicht bereit warum nicht das finde ich doch und noch diese tränke gibt es ja eigentlich immer reichlich nicht ich bin ja schon froh, dass die Stachelschweine nicht alle ihre Stacheln, alle gleichzeitig auf einmal abschießen. Kannst du dir vorstellen, wie du dann aussiehst? So lieber nicht. Hammer, du bist Hammer. Seid Dank. Hey, immer der Ratte hinterher. Jetzt müssen wir das Stachelschweine. Jetzt müssen wir das Stachelschweine. Ja, das ist doch so. Okay. 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 Was kommt ihr denn her? Wollt wir ja noch so an, oder? Nein, die Fässern können auch schöne Sachen drin sein. Okay. Ok, dann wird's hier wahrscheinlich weiterhören. Hm, hab ich mir wirklich schnelles eigentlich hofft? Besser? Nee. Nicht. Wenn wir die mechanische Kiste drücken zum Podest. Ok, die mechanische Kiste. Dann müssen wir die aber erstmal holen, ne? Was ist denn das? Die mechanische Kiste, wo hab ich nie gelassen? Wo hab ich sie denn? Ja. 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 Ja.